Hallo YouTube, willkommen zurück zu E-Takes 2 und in diesem neuen Kapitel ja auch, ne? Also wir sind jetzt in der Kuckucksuhr unserer Familie und wir haben neue Fähigkeiten. Ich kann jetzt einen Klon zurücklassen, hier. Und, ah, das ist ja cool. Ich kann den hier hinstellen und kann dann mich zu dem wieder hin teleportieren. Oh, genau. Ich kann die Zeit kontrollieren. Okay. Schubkibob ist der Weg frei. Okay, weiter geht's. Bin gespannt, was jetzt kommt. Oh Gott, pass auf. Okay, du musst... Wenn ich loslasse... Geht. Ah, warte. Ja, ich überlege gerade, wie. Ah, da musst du den Klon an die Tür stellen vorne. Dann hier loslassen, dich in den Klon teleportieren und durchlaufen. Ja, aber ich kann, wenn ich jetzt... Ja, loslassen und dann stellst du hier vorne deinen Klon hin. An die Kante. So, ja. Okay. Dann machen wir das hier. Dann lässt du los. Stellst du es dort vorne rein schnell. Okay. Oh, das ist aber... sehr knapp. Das Ding ist, wenn ich jetzt abbreche... Ich komme nicht bis... Bis ich vorne teleportiert bin, ist das wieder zu. Ah, warte mal. Warte mal. Und ich denn die... Zeit... Ich kann die Zeit hier gar nicht zurückdrehen. Zeigt es mir an. Ich kann nur hier. Aber hier bringt es ja nichts. So. Wenn ich jetzt ab... Sobald ich jetzt abbrechen drücke... Geht das Ding ja schon zu. Und bis ich... Das... Siehst du das? Bis ich vorne bin... Aber ich kann mit der Zeit hier nichts machen. Nur hinter mir. Aber hinter mir ist, glaube ich... Brauche ich nichts. Weil... Da passiert vorne ja auch nichts. Versuch's mal mit dem Hebel. Weil diese Animation... Wenn ich jetzt loslasse... Das ist... Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Kannst du von der anderen Seite am Hebel stehen... Dass du nicht um den Hebel rum musst? Das ist... Das ist... Hä? Kriegst du den irgendwie... Oder warte mal! Ach nee, das... Geht auch nicht. Sonst hätte ich gesagt... Stell den Klon auf die andere Seite vom Tor. Aber da kommen wir auch nicht hin. Kann den halt maximal da hinstellen. Wie gesagt, das Problem ist halt... Wenn ich loslasse... Sie macht halt den Hebel zurück. Weißt du? Wenn ich jetzt B drücke... Zum Abbrechen, gell? Ist ja bei mir auch. Und dann macht sie den... Den Hebel zurück. Und das ist die Zeit, die mir fehlt. Quasi. Um noch davon zu kommen. Ich kann halt... Warte mal. Wir machen das nochmal. Wenn du da loslässt, lasse ich bei mir auch los. Und ich drehe einfach mal die Zeit zurück hinter mir. Keine Ahnung... Ob das was bringt. Ich weiß nicht, wie ich das... Wie ich das sonst machen soll. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Nee. Kannst du dort hinten noch irgendwas machen? Nee. Kann hier leider gar nichts machen. Ja, dann muss das irgendwie so gehen. Ja, aber Pupi. Ja, warte mal. Ich hab die jetzt in der Luft platziert. Okay. Abbrechen. Ah! Fuck! Was? Warte. Ich glaub, ich muss die in der Luft lassen. Ah. Shit. Stückchen hoch noch. So. Ah, wie... Warum ist sie jetzt nicht... Nein! Jetzt bist du teleportiert. Okay. Hä? Wieso teleportiert die sich nicht? Hä? Wieso teleportiert die sich nicht, wenn ich loslass? Vielleicht, weil du zu weit weg bist oder so. Keine Ahnung. Aber eben ging's doch auch. Ah. Okay. Warte. Warte, ich muss in die Richtung gucken. Ich glaub, deswegen ist halt dieser Kreis auch da größer, weil ich da rein muss mit meiner... ...Figur. So. Oh! Krieg das irgendwann hin! Das ist die erste Stelle, wo... Ich kann halt hier auch nichts machen. Das ist halt die erste Stelle, wo wir jetzt wirklich so ein bisschen... Nein! Nein! Mann. Das hat's fast. Das Problem ist, ich muss halt nach vorne drücken, sobald ich da drinnen bin, dass ich da durchkomme. Aber wenn ich jetzt hier schon nach vorne drücke, dann funktioniert der Port nicht. Oh. Mann, warum? Ich weiß nicht, wie ich's hinkriegen soll, ganz ehrlich. Kannst du mir noch einen Tipp geben? Ich... Ich hab keine Ahnung. Ich... Ich hab hier das Gefühl, ich kann hier grad gar nichts machen. ...und das ist halt so... Ey. Das ist halt sobald ich da drinnen bin... ...kriegt sie halt irgendwie. Ich hab erst dort hinten wieder so ein Ohr-Symbol. Ich kann hier auch... ...ich kann hier keine Zeit zurückdrehen oder irgendwas. Lass mich mal an den Hebel. Gibt's da ja besser. So. Oh. Oh. Ich... Ich... Hä? Äh? Das ist... Ich bin... Sobald ich da vorne in dem Port drinnen bin, ist die Tür schon zu. Ich weiß nicht. Wirklich. Ich hab keine Ahnung, wie ich's hinkriegen soll. YouTube, wir probieren das jetzt hier noch ein bisschen, schneiden das aber raus, oder keine Ahnung wie, weil das, äh, ja, bringt grad nichts. Wir sehen uns wieder, wenn wir auf der anderen Seite sind, oder wenn Susi auf der anderen Seite ist. Hallo YouTube, wir sind zurück. Ja, wir haben eine Lösung gefunden, wir verraten sie aber nicht. So. Ja. Susi ist drüben. Es war ganz einfach. Es war eigentlich ganz einfach, ja. Darauf musst du halt erst mal kommen. Warte mal, ich hab hier oben ein Zeit-zurück-Dreh-Ding. Warte, ich, ich, ich rutt mal, äh, geh mal hier rüben auf die, die Plattform. Lass mal den hier. Ich glaube, es ist doof, was ich gemacht habe, mein Klon da drüben zu lassen. Okay. Okay, hier ist einfach nichts. Kommst du an den Haken? Kannst du dann irgendwie rumschwingen, wenn ich den hoch mache? Achso, du bist jetzt wieder bei mir. Ich bin jetzt wieder bei dir, warte. Warte, häng dich mal dran. Ja, ja. Ich weiß halt nicht, wo ich hin. Ah, da, da muss ich hin. Okay, oder? Okay, warte, kann ich doch die Zeit, ich kann dort, glaube ich, die Zeit zurückdrehen. Ja. Dann kannst du hier irgendwie rüber. Das Ding ist, ich muss halt auch da hoch. Hm, lass mal los kurz. Ich muss da drüben wieder auf den Knopf drücken. Musst du da nochmal rüberschwingen? Kommst du bis dort rüber dann? Ach, du willst es von dort versuchen? Ja, ich versuche mal von da ranzukommen. Ah, bis da rüber komme ich nicht. Oder? Doppelsprung und Flitzer? Nee. Warte mal, hier unten an dem Propeller-Ding war gerade so ein Schwing-Symbol. Wenn du die Zeit... Dreh nochmal, mach nochmal die Zeit zurück. Bei dem Adler? Mhm. Ich kann es ja auch nur halb zurück machen, wie du es brauchst. Das ist Maximum. Ich habe halt gedacht, die Propeller gehen halt höher. Weißt du, dass ich dann vielleicht da irgendwie... Ähm... Ähm... Warte, ich hab... Jetzt, ich hab ne Idee. Ich muss auf den Adler drauf, oder? Ah, warte. Okay. Warte, 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 noch nicht, noch nicht! Du hast okay gesagt. Nein, aber das ist okay, war für mich. Warte. So, noch mal, warte. Sekunde. Okay. Okay, so. Dieses Spiel, ey. Also das finde ich gerade, äh... Herausforderung. Okay, aber unsere Figuren können weiter. Da war eine Eule, die ist jetzt kaputt. Aber du kannst sie wieder heile machen. Okay, warte, die müssen da weiter. Ich kann mich halt überhaupt nicht bewegen, wenn ich die Zeit... Lass mal los. Okay, ja. So. So. Noch mal bitte Zeit, irgendwie. Warte, ich muss hier den Klon lassen. Und jetzt? So, jetzt gehst du hoch zum Klon? Okay. Nee, warte, noch mal. Ja, ich hab den runtergefallen. So, oder? Okay, jetzt kann... Nein, nicht wieder runter. Okay, lass los. So. Jetzt musst du noch mal hoch. Äh, okay. Oh Gott, was ist das denn Gruseliges? Achso, hier ist so ein Ding. Okay. Das war jetzt nicht so schwer, aber wie kommt der... Ah, wir müssen hier so schwingen. Oh, da sind wir. Ah, guck mal, du musst dort drüben deinen Klon stehen lassen. Auf dem Knopf. Warte. Und jetzt gehst du zu dem anderen Häuschen, genau. Äh. Das funktioniert aber nicht. Ah, warte. Warte, warte. So. Ah, so, jetzt krieg ich die Zeit zurück. Du stellst dich dort drauf und dann fliegst du. Ja. Okay. Huiiii. Bei mir ruckelt das Spiel grad minimal. Nee, bei mir nicht. Äh, doch ganz kleine Lads hatte ich. Oh. Wie wunderschön ist das? Das sieht aus wie Disney Schloss. Und die Musik dazu ist immer so passend. Oh, wow. So cool. So cool. But where are the wooden figures? What? Did we lose them already? Oh, now what? I don't know. Did that book say anything about what we do if we lose track of those guys? No. He was just blabbing on and on about time. Oh, yeah. Hey, and you agreed with him. Well. It's true. You're never at home. Cody. Do you really think I'm choosing to be away from home? I don't know. That's just what it's been like for a long time. Well, it's not my choice. What do you mean? If I lost my job, we'd lose everything. Okay. But when you're never around, we lose us. Hey, look. There they are. Oh. Let's follow them. What? Oh, a little小 part. A little view. Oh. I can turn the clock to the clock to the time? What? Oh. Oh. Ah. Oh, let me don't see them. Oh. Oh, oh, warte. Oh, oh. Oh, okay. Oh, oh. Hallo? Das Feuer. Hier oben bei diesen Propellerdingern zeigt es mir an, wir können hier schwingen. Ja, ja. Aber wohin? Oh, hier kann ich... Warte. Hier war irgendwie ein Zeichen für Zeit zurückdrehen. Oder? Wo war das jetzt? Ach, hier oben. Ich kann Regen machen. Warte, warte, warte. Kann ich? Ja, mach. Mach mal hoch. Okay. Ich hab Angst, wieder was zu verpassen. Ja. Was ist hier oben? Hier ist irgendwas. Das müsste ja eigentlich mal wieder ein Minispiel geben, oder? Ja, eben. Ich hab halt Angst, dass... Ich hab halt Angst, so ein Minispiel zu verpassen. Wir haben schon welche verpasst. Was ist das? Ich hab ein Lagerfeuer gemacht. Okay, hier sind wir gestartet. Kannst du die Glocke mal läuten? Ich seh da irgendwas hier, ne? Ich glaub nicht. Oh, Leute, nochmal! Okay, doch. Äh, warte. Oh, hier ist ein Boot! Oh Gott! Oh, Paddelboating! Let's see where we end up! Wo bist du? Dort hinten. Warte! Ich bin da! Ich bin da! Jo. Ich muss vorwärts und rückwärts machen, und du? Ich muss auch vorwärts und rückwärts. Mach jetzt vorwärts. Ich auch. Ah, wie schön! Guck mal, hier sind die Fischer. Ihre Arbeit. Das ist wie in so einem Freizeitpark. Ja. Oh, wie cool! Oh, lass uns hier mal anhalten. Ja. Mach's einfach vor mir die... Hä? Ich kann hier nicht rein? Doch, jetzt. Errungenschaft, die wir freigeschalten haben auf jeden Fall. Der war vor mir die Tür zugemacht. Oh! Da sind Diamanten drin. Sieht aus wie so ein Sims-Dings, das du so im Kopf hast. Sims-Dings? Naja, so ein... Bei so einem Sims-Manneking, so ein... Da ist so ein Ding auf dem Kopf. Ja. Keine Ahnung, warum wir die jetzt sammeln, aber... Ja, nicht. Aber mach einfach mal, es geht halt. Man kann aber was sammeln, das ist gut. Ja, wir sammeln einfach. Aber ich glaube, wir können nicht überladen sein. Wir haben eine Schwäche durch dieses Spiel gefunden. Man kann nicht überladen sein. Vielleicht ist das irgendeine Referenz zu einem Spiel, aber... Das ist auch nichts. Du sagst grad nicht so viel. Nee, das ist bestimmt irgendein Easter Egg, aber man sagt's halt auch nichts. Chat! 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 YouTube! Wenn euch das was sagt, schreibt's gerne mal in die Kommentare, aber... Man sagt's halt auch nichts. Ich komm nicht an diese eine... Ich habe sie wiegt. Ich habe sie wieder. Ich hab sie le shut. Und dass nur das ist, streng wirkt. Hier ist ein Diamant in die Wand gebackt. Der Chibi hat sich eben auf jeden Fall kurz bewegt. Okay. Wir haben alles eingesammelt, oder? Ich geh mal wieder raus. Cool. Wir haben gelootet. Jetzt holen wir noch irgendwas. Nein. Und du halt einfach da drinnen chillst. Naja, was soll ich machen? Ich glaube, die Bootsfahrt war wirklich einfach nur für diesen Raum da hinten. Ja. Oh, warte mal. Was ist das hier? Schlapp mal zurück. Ein Stück. Was ist das hier? Wir müssen ja noch mal gucken. Was ist das hier? Ah, da fahren wir gleich durch. Okay. Okay, hier fahren wir dann gleich lang, wenn die Brücke unten ist. Hätten wir das jetzt schon machen sollen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ähm. Oh, die kommen hierhin. Oh. 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 Oh, ich bin jetzt. Ach so. Ich dachte, du meinst mit zu... Ich glaube, beim Boot kommt noch nichts mehr, oder? Wir sind doch dann eine Runde rum gleich. Jetzt auch wieder zum Boot zurückgekommen. Also ich kann... Mach mal, spring mal. Ah, warte, ich muss... Oh, mein Klon hier... Warte. Warte. Ich muss... Lass ihn... Einmal hier. Nein. Oh, ich habe den Falschknopf gedrückt. Entschuldigung. Das ist manchmal den ganzen Knöpfen hier gar nicht so leicht. So, aus diesen, dann diesen und dann diesen. Hä? Wieso gehen die jetzt... Hä? Was hat die gerade gesagt? Ich habe nicht hingeguckt. Closed irgendwas, Cody. Lass mal los, das Ding. Nicht, aber steady nochmal ab. Wenn ich hier springe, komme ich da hin? So, warte. Ich mache nochmal diesen. Ach so, zum Festhalten. Ja. Oh, nein. Langsam ist der Kopf auch voll, muss ich sagen. Also wir nehmen jetzt schon... Dreieinhalb Stunden auf, glaube ich. So langsam... Ist der Kopf nicht mehr so clever. So frisch. Ja. Warte, ob es um... Ah, wir müssen die Uhrzeit von oben einstellen. Warte. Ich... Welchen dre... Warte mal. Du drehst den. Ich drehe den. Ich bin der große. Ich bin so... So, oder? Ja. Oh Gott, in der bösen dunklen Wald. Ich würde aber auch sagen, bevor wir jetzt diesen Weg folgen... Machen wir Schluss, oder? Jo. Also... Wie es weitergeht... Ob wir unsere Puppen wiederfinden... Und wie wir durch diesen schaurigen Wald kommen... Das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ja. Also YouTube... Macht's gut. Bis dann. Tschüssi. 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 Vielen Dank.